Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB-Radio. Jetzt habe ich wieder so einen Mann mit einem sehr, sehr prominenten Gesicht bei mir in der Show, was man jetzt nicht sehen kann. Aber sobald er das erste Mal Piep sagt, wissen alle sofort, ah, das ist doch. Dann probieren wir es, Piep. Es ist Hartmut Engler. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Hartmut. Dass wir mal ausführlich Zeit haben, in deiner Story zu graben. Ja, freue mich auch. Weil da gibt es ja einiges auszubuddeln, ne? Wenn man will, ja. Ja, wenn man will. Es gibt ganz viele Anekdoten zu erzählen und ein paar davon kriegen wir hoffentlich heute hier in dieser Zeit, in der wir mal so dein Leben so ein bisschen auseinandernehmen. Sehr gern. Wir haben natürlich auch diverse Anlässe, ein bisschen zu reden, weil seit über 40 Jahren ist Pur am Start. Du bist ja der Frontmann der Band und es gibt ein neues Album und es gibt eine neue Tour. Auch darüber werden wir reden. Aber vielleicht fangen wir mal am Anfang an. 1961, Ingersheim. Da kam der kleine Hartmut zur Welt, ne? Da kam das erste Piep. Ja, das erste Piep. Im Prinzip ist es ja so, dass du, wenn ich mal zurückgehe, unter Umständen gar nicht da wärst, ne? Es gab ja, du hättest ein Geschwisterchen kriegen sollen, was 1959 nicht zur Welt kam. Das ist in der Tat so. Meine Eltern haben sich eben drei Kinder für eine komplette Familie gewünscht. Es gab schon, also ich habe einen zwölf Jahre älteren Bruder, eine acht Jahre ältere Schwester. Jude. Und genau, und dann sollte die Familie vervollständigt werden und da war 1959 eben ein Junge schon unterwegs und der, ja, wie man das so damals einfach abgetan hat, der ging dann ab. Das war so, wenn man drüber geredet hat, dann war das etwas, was nicht wirklich verarbeitet war. Aber auf jeden Fall sollte dann die Familie noch vervollständigt werden und ich habe das dann wohl hingekriegt. Und war dann auch in der ganzen Jugend immer so ein bisschen der Friedenstifter, der jetzt die ganze Familie vollständig gemacht hat und der auch dafür sorgt, dass hin und wieder Friede, Freude und Eierkuchen in der Familie möglich war. Weil meine Geschwister dann schon so in der Pubertät so ihre Problemchen hatten mit den Eltern und da war immer der Kleine, der hat für Harmonie gesorgt. Das hängt mir vielleicht heute auch noch ein bisschen an. Durch Unterhaltung, ne? Ja, durch Unterhaltung, klar. Hast du die Leute früher schon immer beglückt mit musikalischen Einlagen oder hast du sie damals auch entertained? Ja, ich war ein Beatles, ein leidenschaftlicher Beatles-Hörer, weil mein Bruder diese Platten halt drauf und runter gespielt hat und ich habe mir dann immer den Teppichklopfer von der Mama geholt als Luftgitarrenersatz, also einen richtigen Teppichklopfer und habe dann eben so Schlappschuh, yeah, 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 ich konnte ja kein Englisch, she loves you, yeah, ja, hat sich mir erst später erschlossen textlich. Und so ging das los, auch Gedichte vortragen. Die Rührung war immer groß bei Tanten und Verwandtschaft und bei der Mama. Und so habe ich dann festgestellt, dass mir das Spaß und Freude macht, den anderen irgendwie Faxen vorzumachen oder irgendwas zum Besten zu geben, wenn man dafür dann hinterher gestreichelt wird, richtig und verbal. Gedichtevortragen machst du ja heute immer noch, ne? Also nur mit Musik unten drunter. Ja, selbst geschrieben. Selbst geschrieben, ja. In Ermangelung anderer Menschen, die für mich geschrieben haben, kam ich dann mit 15 Jahren in die Band rein und wollte eben meine eigenen Texte singen oder zumindest auch Deutsch singen. Und so begab es sich, dass ich mich hingesetzt habe und mir selbst die Dinge ausgedacht habe, die ich dann singen wollte. War mir schon irgendwie damals auch schon sehr wichtig, dass ich was zu singen habe, was mit mir was zu tun hat und was ich den Leuten gern erzähle. Als ihr 76 mit der Schülerband begonnen habt, habt ihr aber noch irgendwelche Cover gespielt, ne? Zu der Zeit? Ja, ich kam in die Band rein, weil ich Klavierunterricht genommen habe bei dem Keyboarder, damals bei Ingo und er hat gesagt, bist ein bisschen spät dran mit Klavier, erst mit zwölf angefangen und so. Und dann sagte ich, ja, eigentlich will ich mich ja nur begleiten, wenn ich singe. Und er sagt, singe, singe nochmal was. Und ja, dann hat er seine Band davon erzählt und damals hat der Schlagzeuger eben gesungen und sie wollten halt einen richtigen Frontmann haben und den Part habe ich dann übernommen und sie hatten damals Cover-Versionen und wirklich schlecht getextetes Englisch bei eigenen Songversuchen und das fand ich dann so nach einem halben Jahr nicht so prickelnd und dann kam mein erster Versuch eines deutschen Liedes, das war damals Der Henker, da habe ich tatsächlich mit 15 Jahren geschrieben, war dann 1983 auf unserem allerersten Album dann wirklich drauf. Ich habe es, ich habe es dir gezeigt. Ja, ich habe es gesehen. Wie viele Leute packen so die alten Sachen aus und sagen, guck mal hier, ich begleite euch seit, also von Anfang an quasi, bei mir ist es ja in dem Fall so. Ja, das hat mich auch total gefreut vorhin, als ich es gesehen habe. Du hast ja wirklich, du hast das ganze Archiv. Ich habe alles. Ich bin auch ein bisschen Sammler, weißt du, ich bin so jemand von einer alten Schule. Wir sind ja beide 60er Jahrgang, weißt du, da nimmt man also Tonträger noch gerne in die Hand. Auch beim neuen Album ist es wieder schön, haptischer Tonträger, alle Texte drin. Denn so bin ich das gewohnt und so mag ich das auch, weißt du? Ja, also Vinyl bekommt ja auch so eine eigene Bedeutung wieder. Finde ich auch sehr schön. Mein Leben vor dem Radio war ja DJ, dementsprechend Vinyl. Ich bin ja quasi mit der Platte. Also du hast Instrumente gespielt, ich habe Platte gespielt. Hast du so richtig so gescratched und alles? Ich habe richtig aufgelegt, alles so, Alter. Also im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten, aber ich habe es zumindest versucht, nahtlos Musik zu mixen, weißt du. So haben wir es ja damals gemacht, als es losging. Du bist 76 in diese Schulband hineingekommen und die haben gleich so festgestellt, Mensch, der Hartmut hat so eine tolle Stimme. Ich glaube, ich habe beeindruckt dadurch, dass ich sehr hoch singen konnte, höher als die meisten anderen. Ich konnte eben die Cover-Songs so von Free und so und ich habe denen auch Cat Stevens vorgesungen. Und ja, das war ganz ordentlich. Also für einen 15-jährigen Autodidakten damals war das schon okay, was ich da gemacht habe. Kamst du damals in den Stimmbruch und hat sich die Stimme verändert? Nein, nicht wirklich. Also der muss mit 15, 16, muss der schon so quasi hinter mir gelegen haben. Ich habe sehr lange eine relativ schöne, hohe Stimme gehabt. Den richtigen Stimmbruch, den habe ich so nicht bewusst wahrgenommen bei mir, dass jetzt irgendwie eine Weile die Stimme wirklich gar nichts hergab und sich dann so eingepegelt hat, wie sie dann für den Erwachsenen sein sollte. Ich war immer relativ hoch. Jetzt so im Alter spüre ich, dass es manchmal schöner ist, dass eine oder andere Lied einen Ton tiefer zu legen für Live-Konzerte. Aber es funktioniert alles noch ganz gut. Das hat Peter Maffay auch erzählt letztens. Ja, ich weiß, Peter hat auch einiges runtergenommen. Und sie klingen trotzdem noch geil, muss man mal so sagen. Wir hatten ja erst das Vergnügen in der Arena auf Schalke. Da war er ja beim allerersten Mal 2001 bei 20 Jahre und jetzt bei 40 Jahre und 20 Jahre Pure and Friends auf Schalke. War er natürlich auch als Gast dabei und es war grandios. über sieben Brücken natürlich und dann von uns zusammen mit Peter Neuebrücken von PUR. Das war schon schön. Er ist halt wirklich sehr speziell. Absolut. Und ein ganz feiner Mensch. Ja, absolut. Und regelmäßig er Gast auch in dieser Show. Und er kommt deutlich öfter als du. Also wir müssen daran an diesem Tag, müssen wir was ändern. Das geht so. Ich werde aufholen. Da haben wir uns ein bisschen was vorgenommen. Wenn du dir dein Leben mal so als Zeitstrahl so anschaust, also da kommen ja so diese Jahreszahlen so raus, was so passiert ist in der Zeit. Also 76 erste Schulband, 96 erstes Mal Stadion. Das sind ja immer so Zahlen, wo du sagst, meine Güte, was ist in der Zwischenzeit passiert? Aber du hast ja, nachdem du die Schule abgeschlossen hast, auch gesagt, okay, für den Fall, dass das mit der Musik nicht so klappt, studiere ich mal noch ein bisschen was. Und dann werde ich Lehrer. Das war, erklärt es dir, oder? Ja, ich kannte die Berufswelt ja nur von Ferienjobs und die haben wir alle nicht gefallen. Obwohl einer der Ferienjobs war doch, du warst doch Rodi. Ja, das habe ich nicht. Und hast bei Udo Jungs Technik gemacht. Das sehe ich nicht als Ferienjob. Das war so eine Art, schon eine musikalische Lehre. Nee, ich habe damals, um auf den Lehrer nochmal zurückzukommen, das war etwas, wo ich mich auskannte. Mir fiel Schule leicht. Ich war wirklich ein guter Schüler, ohne mich allzu sehr anstrengend zu müssen. Und dann dachte ich, okay, wenn es mit der Musik dann eben nicht geht, dann mache ich das, was für mich überschaubar ist. Englisch, Deutsch, Lehrer am Gymnasium, das wäre schon irgendwie auch erträglich. Ja, und der einzige Ferienjob, der mir wirklich bleibend in Erinnerung ist, das ist eben tatsächlich, ich war Fahrer, Aufbauhelfer und Rodi, während des Konzerts habe ich den Spot bedient und auf Udo Jürgens gerichtet. Und das war eine ganz interessante, prägende Zeit. Ich war jetzt nicht der totale Fan seiner Musik, aber er hat mich so oft zu Tränen gerührt an manchen Stellen, dass ich hinterher für mich auch beschlossen habe, so Mut zum großen Gefühl zu haben. Die Musik trägt das ja. Und nicht immer der textlich feine Inhalt steht im Vordergrund, sondern es muss einfach zur Musik passen und du musst die Emotionen den Leuten entlocken. Es muss sich was regen. Es muss im Prinzip eine Gänsehaut erzeugt werden. Und das war immer so mein Ziel. War das damals schon so, dass diese Worte so in dir waren? Ich meine, du setzt dich hin mit einer Leichtigkeit, haust einen Text raus, den Millionen Menschen anschießen, singen. Hast du da dieses Talent besessen zu sagen, wenn ich jetzt einen Satz formuliere, ist der schöner als bei anderen Menschen, die den formulieren? Nein, das kann ich so nicht sehen. Wir haben ja einige Platten gemacht, bis es dann wirklich erfolgreich wurde. Also ich hatte nie das Gefühl, ich habe es jetzt besonders gut drauf. Ich musste das einfach machen, weil ich wollte ja was singen. Und ich hatte niemanden, der das irgendwie für mich besser geregelt hätte. Also habe ich mich halt hingesetzt. Bis heute immer noch ein Kampf zu sagen, ich gehe da jetzt in mein Pavillon und dann fange ich an. Die Angst spielt immer mit, was ist denn, wenn mir nichts mehr einfällt? Das hattest du zwischendurch. Ich glaube, da kommen wir ein bisschen später mal drauf. Immer mal wieder. So eine Ladehemmung, okay, jetzt kann ich nicht mehr. Alle Worte, die ich in meinem Kopf hatte, sind schon mal raus. Ich habe sie schon mal in irgendeinen Song gepackt. Jetzt geht nichts mehr. Und dann setzt du dich hin und sagst, ach, guck mal, da ist doch noch was. Ja, jetzt beim neuen Album war es einfach auch wieder so. Ich hatte nach der ganzen Pandemie Zeit und dann kam der Krieg noch dazu. Und ich hatte so wirklich mit mir zu kämpfen. Was soll ich den Leuten denn jetzt erzählen? Ich habe gerade im Moment einfach Angst. Ich bin relativ verzweifelt. Und wir wissen gar nicht, wie das mit uns dann auch wirklich so weitergeht. Und das hat eine Weile gedauert, bis wieder Land in Sicht war, bis man seine Ängste so ein bisschen in den Griff bekommen hat. Und dann habe ich für mich beschlossen, so, ich denke, es ist an der Zeit. Ich kann damit umgehen. Ich kann den Leuten wieder was mitgeben, was ich eben auch denen mitgeben will. Und das ist nicht nur Frustration und Angst, sondern auch einen Song an die Hand zu geben. Ein gutes Morgen zum Beispiel auf dem neuen Album, der so ein bisschen Mut macht. Denn trotz der ganzen Problematiken, die Sonne geht meistens morgens auf. Und das ist ein guter Grund, dann trotzdem aufzustehen und sich zu bemühen, einen guten Tag draus zu machen. Ich habe ja schon öfter Leute in der Sendung gehabt, mit denen wir auch über Depressionen gesprochen haben zum Beispiel. Das ist ja bei dir immer mal wieder. Thorsten Sträter ja auch, Kollege, mit dem ich eine Sendung mache. Das habe ich gelesen, ja. Und das passiert ja auch. Auch andere Leute haben das. Früher war es ja nicht en vogue darüber zu reden. Da hat man das immer ein bisschen unter der Käseglocke gehalten. Aber seit ein paar Jahren darf man auch darüber reden. Und seitdem ist es auch besser für die Leute handelbar. Seitdem auch berühmte Leute darüber reden zum Beispiel. Also ich mache ja am liebsten auch zu diesen Themen Songs, weil ich mir da ganz genau überlegen kann, was drücke ich aus und was nicht. Ich mag immer gar nicht so viel theoretisch in Talkshows sitzen und über so ein Thema reden. Das fällt mir mitunter auch immer noch ein bisschen schwer. Aber ich habe damals ein Lied gemacht, Gesund, als es mir wieder besser ging. Und da habe ich, glaube ich, so das reingepackt, was ich zu dem Thema gern sagen möchte. Und für mich ist es, ja, ich bin so ein Achterbahnfahrer. Hoch, runter, hoch, runter. Und ich glaube, ich kämpfe einfach damit, dass das oben nicht mehr so hoch und das unten nicht mehr so tief ist. Und selbst wenn ich dann mal ein bisschen mich unten fühle, dann weiß ich, es geht vorbei. Das ist ein ganz wichtiges Mantra für mich. Es geht vorbei. Es geht vorbei. Es wird auch wieder besser. Das war, glaube ich, auch der Subclaim in deiner Biografie. Das Leben ist eine Achterbahn. Also im Prinzip ist es ja bei dir so. Obwohl, du bewegst dich ja schon sehr im oberen Bereich. Ja, natürlich. Also wenn ich meckere, dann auf hohem Niveau. Das ist schon klar. Das weiß ich auch. Ich fühle mich auch. Ich weiß es. Ich fühle mich schon auch sehr privilegiert, dass ich das machen darf, was ich gerne mache. Dass ich damit mein ganzes Leben bestreiten konnte. Also neulich hat mich jemand gefragt, was kannst du eigentlich sonst noch so? Gibt es da versteckte, verborgene Talente? Und ich habe dann einfach gesagt, nee, ich bin ein relativ offenes Buch. Ich bin sehr gut darin, being Hartmut Engler on stage und mit dem Stift in der Hand. Aber ansonsten, ich habe wirklich das so umgesetzt, dass mir das meiste Spaß macht, mit der Band zusammen Musik zu machen. Und ja, I'm happy with that. Ich glaube, bis auf die drei Texte, die du nicht alleine geschrieben hast, kann man ja im Prinzip, wenn man sich die Songs anhört und die Texte liest, dann weiß man ja, was in dir los ist. Das ist also quasi die Geschichte deines Lebens. Das ist richtig. Deshalb auch immer sehr konzentriert. Und deshalb war es für mich auch ganz klar, dass ich so ein Thema wie Depressionen in Songform auf jeden Fall auch angehe. Denn alles, was mit mir so passiert, fließt irgendwie um mich herum oder mit den Menschen oder auch in der großen ganzen Welt. Das kann alles ein Thema für mich sein, wenn es für mich wichtig ist. Und dann erzähle ich es den Leuten und hatte immer das Glück, dass die Aufmerksamkeit zusammen mit der Musik dann so auf diese Themen gelenkt wurde oder ich die so lenken konnte, dass es den Leuten Spaß gemacht hat, zuzuhören und auch zum Konzert zu kommen. Das ist ja für uns immer noch das Allergrößte, dass wir immer noch so die ganz großen Hallen bespielen, wie jetzt im nächsten Monat, April, Mai sind wir unterwegs. Der 29. muss ich ja jetzt auch sagen. Mercedes-Benz Arena. Genau, hier in Berlin. Mercedes-Benz Arena. Und das ist schön. 2018 war unsere letzte Hallentour. Also es wird jetzt einfach Zeit. Hast du Bock drauf, ne? Ich hab Bock drauf. Logisch. Ich springe auch noch ein bisschen zurück. Das ist immer bei vielen Künstlern ist das so, dass sie sagen, ich kann das eigentlich nicht so richtig aussprechen, was ich denke und fühle. Ich packe das lieber in einen Song hinein. Das ist ja bei dir mit Ich liebe dich so zum Beispiel, auch auf dem aktuellen Album, das sind ja immer so versteckte Botschaften. Es fällt mir leichter, das zu singen, als zu sagen. Ja, ja. Und so ist es mit allen anderen Dingen ja auch. Mir persönlich wäre es peinlich, wenn du das, was ich gleich singe, hier vor allem ganz laut sagst. Das finde ich so erstaunlich. Ich denke, okay, Musiker haben ja zumindest die Möglichkeit, sich dann so auszudrücken, indem sie es in einen Song packen. Andere müssten es sagen. Ja, ja, ja. Ich bin ein Mann, das gesprochene Wort ist. Ich sage es immer. Ja, ich sage es dann auch, aber eben nicht vor allem. Weißt du, wir haben zwei Gemeinsamkeiten. Wir sind beide, sagen wir mal, Spätgeborene am Ende des Jahres. Ja. So, und wir haben beide ein Holzhaus. Also bei mir ist eine Sauna drin und du schreibst in deinem Hirnhäusle. Hirnhäusle, mein Holzpavillon. Da schreibst du deine Texte drin. Ja. Ich frage mich immer, wie das geht, weißt du. Das ist ja wie zur Arbeit gehen. Du sagst, okay, ich muss jetzt kreativ sein. Dann gehe ich in meine Hirnhäusle, setze mich da hin und schreibe einen Song. Bist du da unter Druck und sagst, okay, hier kann ich besser arbeiten, weil ich das brauche? Ich bin weg von allem auf jeden Fall. Also ich brauche das. Ich muss aus dem Haus raus ein paar Meter gehen und dann mache ich da die Tür zu. Und da war bis vor kurzem auch noch kein WLAN. Und ich habe das Telefon auch nicht, das Handy nicht mitgenommen. Ein Analoghaus. Ja, ich habe das versucht. Inzwischen hat es sich auch ein bisschen geändert. Aber das ist wichtig. Das spielt sich auch nicht alles da ab. Ich habe oft die Musik auf, die ich texte. Ich texte meistens auf Musik. Also ich bin nicht der Typ mit dem leeren Blatt Papier und schreibe jetzt erst mal den Text auf. Ich höre mir das im Auto schon sehr oft an. Und im Idealfall habe ich dann vielleicht so eine catchy Line, eine Zeile, wo ich denke, das könnte mein Thema sein. Und so bewaffnet gedanklich gehe ich dann in mein Hirnhäusle, mache die Tür zu und dann hoffe ich einfach, dass bis zum Abend irgendwas Brauchbares übrig bleibt. Das ist dann so wie in Trance. Ich kann das jetzt auch gar nicht erklären, warum ich von der Zeile auf die komme am Ende des Tages. Irgendwann steht das da. Und ich gehe dann sehr oft im Kreis, gehe vor, zurück, vor, zurück und setze mich immer hin, wenn mir was einfällt, dann ergibt ja der Song auch eine bestimmte Reimstruktur. Ob ich einen Reim brauche, ob ich keinen Reim brauche, das beeinflusst dann auch den Inhalt. Man kommt dann über einen Reim, über einen möglichen auch, wird man über den Inhalt so ein bisschen reingeschoben. Also es ist interessant, ich kann das auch nicht mit irgendjemandem teilen. Ich habe das versucht, mit anderen mich hinzusetzen. Ich kann das nicht vermitteln, was in mir sich da abspielt. Aber ich muss es direkt aufschreiben. Ich kann es nicht erst erzählen oder dann fragen, wie kommen wir jetzt von der Zeile auf eine nächste oder so. Das ist alles, das ist meins, das ist mein Vorgang. Ich stelle mir das so vor, am Bietigheim sitzt die Katrin am Fenster mit dem Fernglas und beobachtet aus dem Wohnhaus das Hirnhäuser. Und guckt, na, wie ist Herr Hartmut jetzt? Hat er, ist ihm schon was eingefallen? Kommt er heute pünktlich nach Hause, ist ein Abendessen? Oder muss ich was rüberbringen, damit er da nicht verhungert in seinem Haus? Ja, das ist wirklich so, meine Zeit ist so 14 Uhr bis 18 Uhr. So vier richtig anstrengende kreative Stunden kriege ich hin. Dann lässt bei mir dann auch die Konzentration nach. Das spüre ich. Dann weiß ich auch, heute geht nichts. Außerdem kriege ich jetzt Hunger. Und wenn ich was Gutes gemacht habe, dann gibt es so Belohnung. Dann halt auch schon mal ein Bier oder einen schönen Rotwein. Sehr gut. Das ist toll. Dein Freund Heinz-Olof Kunze, der setzt sich ja hin und schreibt einen Text. Manchmal schreibt er am Tag vier Texte oder fünf, wo ich immer denke, wie geht denn sowas? Und dann schreibt er anschließend erst die Musik. Bei dir ist es umgekehrt. Ja, bei mir ist es total umgekehrt. Ich brauche die Musik als Ansporn. Also die Musik muss mir was erzählen. Also so eine Gefühlslage. Und das muss ich dann mit etwas treffen, was mich umtreibt. Und dann versuche ich das zusammenzubringen. Also ganz einfach so drauf losschreiben, ist nicht meins. Also ich habe dieses Sendungsbewusstsein spricht nicht aus mir. Ich weiß, der Heinz-Olof ist ein Workaholic beim Schreiben. Wahnsinn, ne? Das ist irre, was er für ein Output hat. Also da kann ich nicht mit. Ich bin da eher so der Faule. Ich mache so viel, wie ich brauche zum Singen. Oh, das war bis jetzt aber mehr als genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich mir die Bilanz angucke von 17 Alben, meine Güte. Aber man kann das auch relativieren, wenn man weiß, der hat jetzt irgendwie drei Jahre Zeit gehabt für zwölf Texte. Ich meine, das ist dann auch jetzt nicht so wahnsinnig viel von der Menge. Insgesamt, wenn man das nach 40 Jahren anguckt, ja, dann ist es schon eine Menge Holze. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ja, ich will das nicht übertreiben. Das ist mein Job und ich versuche den möglichst gut zu machen. Finde ich toll. Du hast ja, also in der Zeit, in der die ganzen Songs von PUR entstanden sind, glaube ich, zweieinhalb Songs hast du abgegeben. Also einmal hat Kunze getextet, weil du nicht weiterkommst, brauchst du kreative Unterstützung auf dem neuen Album. Dann Xebi Nadu hat, glaube ich, einen halben. Einen halben und da hat er auch gleich mitgesungen. Genau. Das war noch zu der Zeit 2015, haben wir uns ja in Südafrika bei Sing My Song kennengelernt. Ach, das war eine tolle Sendung. Da war er für mich noch erklärbar. Da habe ich ihn verstanden. Wollen wir gleich mal den Exkurs machen? Beim Xavier, also du hast ja, es gibt ja auf dem neuen Album auch ein Lied über die Verschwörer. Ja. Und er ist ja in die Richtung abgedriftet, der Liebe. Du kennst ihn ja eigentlich relativ gut, glaube ich, er war ja richtig Best Buddies da, zumindest sah es während der Sendung so aus. Ja, wir haben uns wirklich sehr, sehr gut verstanden. Ich bin damals unglaublich geschätzt und ich habe diesen Switch, diesen Turn, den er von seinem Mindset ab, sage ich mal, erlebt hat, den habe ich so nicht nachvollziehen können in keinster Weise. Ich hatte ihn ja schon mehrfach hier in der Sendung und ich habe ja so eine Schwankung schon festgestellt, schon vorher, schon vor 20 Jahren ging das los, dass er zwischendurch keine Autogramme mehr geben wollte. Dann hat er wieder Autogramme gegeben, mal war er wirklich handzahm, mal war er irgendwie ganz komisch unterwegs. Ja, also wir haben uns über Musik kennengelernt und hauptsächlich über Musik gesprochen und ich hatte auch keine Lust, über irgendwelche abstrusen Dinge anzufangen zu diskutieren. Und ich habe ihn von der Seite eben, dieses One-Love-Feeling, also wirklich ein Mensch, der mit allem gut kann, sich kümmert, freundlich ist, das ist mein Xavier, wie ich ihn in Erinnerung, in guter Erinnerung habe und nicht das, was später kam. Und er ist ein toller Sänger und ich liebe seine Musik. Er ist für mich eigentlich der Beste. Also da ist ein Faszinosum mit der Stimme, was die meisten auch gar nicht wissen, was der alles mit der Stimme auch anstellen kann, in unterschiedlichsten Bereichen. Also wirklich ein sehr guter. Drücken wir uns mal gegenseitig die Daumen, dass er sich wieder einkriegt? Ich hoffe es. Es war ja ein Ansatz da, aber da muss schon ein bisschen mehr kommen. Bisschen mehr noch, ne? Vielleicht sogar auch ein Lied, ein Lied, in dem das verarbeitet wird. Wäre vielleicht die beste Variante, ne? Das, ich glaube, dann würde man es eben wirklich glauben. Du hast noch einen Text abgegeben, also einmal Kunze, einmal Xavier und wer war der dritte? Reinhard May. Reinhard May hat auch einen Song für euch geschrieben, genau. Der Mann am Fenster, das war schon 92. Gute Geschichte, er hatte seinen 50. Geburtstag. Ich habe über Umwege einen noch nicht bearbeitenden veröffentlichten Text von ihm in die Finger bekommen und wir waren bei derselben Plattenfirma. Und die haben gesagt, was habt ihr denn, was könnten wir vielleicht aus dem Ding ein Geburtstagslied für Reinhard machen? Und wurden dann 500 CDs mit dem Song gepresst und Reinhard fand das so duftet, dass er, was er nicht oft gemacht hat, uns erlaubt hat, das bei uns auf dem Album mit zu veröffentlichen. War dann Seiltänzer-Traum-Album und der Mann am Fenster war der Titel. Ganz große Nummer. Der Reinhard May. Ihr wart bei der Amy beide, ne? Bei Intercourt. Intercourt. Das war noch eine kleine, feine Plattenfirma in Stuttgart. Da waren unsere Anfänge. Meine Güte. Aber du hast doch alle wichtigen Daten noch in deinem Kopf gespeichert mit Jahreszahlen und so weiter. Da habe ich so den Eindruck, wenn ich sage, das war da und da. Nein, Moment, das war ja... Also die ganz wichtigen. Die wichtigen. So, du hast es vorher schön gesagt, so die ersten Male. Also ich weiß natürlich, wo es das erste Mal in Düsseldorf im großen Stadion, das war das erste Mal, dass wir 65.000 Leute in ein Stadion reinbekommen haben. Und auch das erste Mal, als eine Platte gespielt wurde. Das sind so Dinge, auch das allererste Konzert natürlich. Schüler, Mitverwaltung, SMV, Fete in unserem Ellenthal-Gymnasium in Bietigheim, Heimspiel. Das sind die Dinge, die weiß man natürlich. Auch das lass uns mal ein bisschen auseinandernehmen. Ich meine, das haben wir im Vorfeld natürlich, wir wissen das, wir haben ja ein bisschen Wissensvorsprung sozusagen. Das erste Konzert, 76 war eure Band, wurde eure Schülerband gegründet und das erste Konzert mit 200, 300 Leuten damals war, ne? Ja, in der Schule, in der Aula sozusagen. Und da wart ihr schon gleich so die Stars und nächsten Tag haben die Leute nach Autogrammen gefragt? Nee, das nicht. Aber wir haben das sicher nicht schlecht gemacht. Wir waren 15, 16 Jahre und das hat doch viele erstaunt, dass wir sowas auf, allein schon überhaupt die ganze Organisation auf die Beine zu stellen, dass man da jetzt eine Band hat. Keiner von uns hatte ja einen Führerschein, wenn man irgendwo was kaufen, holen, transportieren musste, da waren wir immer auf fremde Hilfe angewiesen. Wir haben es aber dann noch, bis wir 18 waren, immer hingekriegt, auch zum Beispiel in Stuttgart in einem Jugendhaus zu spielen oder hier und da erste kleine Auftritte zu machen, alles selbst organisiert, selbst Plakate geklebt mit einem Kumpel, der schon Auto fahren durfte, durch die Gegend gedüst und des Nächten mit Leim im Eimer und den Plakaten in den Unterführungen natürlich raubkopiemäßig das Zeugs drauf gekleistert hat. Nee, das war schon eine aufregende Zeit und ich bin heute sehr stolz. Und ich habe das auch meinen Jungs gesagt, als sie 15, 16 waren, sie waren recht ungläubig. Ich habe gesagt, in eurem Alter habe ich angefangen mit der Band oder wir zusammen haben da Dinge auf die Beine gestellt. Weiß ich gar nicht, ob ich das euch jetzt so zutrauen würde. Du, das ist aber so, die Generation, die Nachfolgen, die haben das in dem Alter nicht mehr so gut drauf wie zu unserer Zeit. Mein Vater hat mich damals auch noch gefahren, als ich noch als Didier unterwegs war. Und er musste ja meinen Krambekrempel von A nach B fahren. Ich durfte ja nicht Auto fahren, du musst irgendwo hin. Hat er mich gefahren. Hat Hans dich auch gefahren, dein Papa? Was die Musik anging, nicht. Der hat mich aber sehr viel zum Fußball. Ab dem zarten Alter von neun war ich in allen Jugendmannschaften von meinem Heimatverein, SKV Ingersheim. Da bin ich im kleinen Dorf aufgewachsen. Fünf Kilometer von Bietich ein bisschen entfernt. Und da, der Papa, zu den Spielen hat er uns Jungs immer gefahren. Und das mit der Musik, da habe ich meine Eltern außen vor gelassen. Die haben gesagt, mach mal lieber was ordentliches, mein Junge. Ja, das mit der Musik war okay, solange die Schulnoten gestimmt haben, wurde sich da nicht eingemischt. Und da hatte ich meine Ruhe, gute Note abgeliefert und dann dreimal in der Woche zum Proben gefahren, schon in der Abi-Vorbereitung. Aber da ich wirklich leicht gelernt habe, war das alles kein Hinderungsgrund. Hast du damals schon gesehen, so ein Stadion ist ja eigentlich eine gute Location, als du beim Fußball warst. Da könnte man ja eigentlich auch mal ein gutes Konzert durchführen. Ne, also in solchen Größenordnungen haben wir nicht mal ansatzweise gedacht. Also wir waren dann so 19, hatten Abitur in der Tasche. Da war uns klar, wir müssen jetzt, wir können nicht einfach sagen, wir wären jetzt Profimusiker. Also das wäre relativ lächerlich gewesen. Also haben wir irgendwie alle angefangen zu studieren. Aber im Hinterkopf war natürlich der Wunsch, Mensch, wenn wir als Band so ein paar Jahre wenigstens so auf Profi-Niveau, dass wir davon leben könnten. Lehrer werden können wir ja dann hinterher immer noch. Das studieren wir jetzt mal und dann probieren wir das richtig. Und eigentlich dann im richtigen Moment 1987, als wir alle so mit den Studiengängen dem Ende entgegen gingen. Also ich habe dann konsequent abgebrochen. Da lag dann plötzlich der Schallplattenvertrag, der heiß ersehnte 1987 auf dem Tisch. Ich habe unterschrieben, bin nie wieder an die Uni. Sofort Abbruch, ja? Ja, also ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ich bin sonst nicht so mutig, aber da hat mich das gute Gefühl nicht getrogen. Das war schon, ja, wir haben vor 30 Leuten in einem Jugendhaus gespielt. Im Jahr drauf waren wir da wieder und da waren es 150. Und wir haben einfach so gedacht, wenn es im Kleinen sich so potenzieren kann, warum denn nicht auch im Größeren? Vielleicht spielen wir dann irgendwann auch mal vor tausend Leuten. Und das war dann gar nicht mehr so weit weg. Und dann irgendwann waren es dann halt so gar gefüllte Stadien. Meine Güte. Was hat dein Vater damals gesagt, als du das Studium abgebrochen hast? Spinnst du? Ja. Also das war ein herber Schlag. Also sie haben wirklich schwer daran zu kauen gehabt. Es gab dann zwei, drei Jahre, wo mein Vater mich immer wieder zur Seite genommen hat. Junge, machst du das Richtige? Wie sieht das denn mit dem Brötchenerwerb aus bei dir? Und ich habe gesagt, ja, es ist noch nicht so doll, aber irgendwann, ich hoffe, dass es wird. Aber Papa, lass es mich einfach jetzt mal ein paar Jahre, muss ich das probieren. Das verzeih ich mir nie, wenn ich es nicht richtig probiere. Aber er hat ja den großen Erfolg mitbekommen. Er hatte noch mitbekommen. Habt ihr das mal ausgewertet, ja, anschließend? Also das ist jetzt echt eine Anekdote. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas erzählen soll, ob das nicht zu arrogant rüberkommt. Nein, mach mal. Der Papa hat mich irgendwann zur Seite genommen. Das war dann schon so 92, 93, da war Seiltänzertraum und unser Live-Album war unser erster Millionenzeller. Und das Geld war so langsam auf dem Weg. Und dann hat er mich zur Seite genommen und hat gesagt, ich bring dir ja ab und zu deine Post. Du kriegst so viel von der Bank. Du weißt schon, wenn man zwei Girokonten hat, dass man da viel Gebühren bezahlt. Also übertreib es nicht. Und dann habe ich ihm nur einen, den er gerade in der Hand hielt, aufgemacht. Und dann habe ich ihm die Zahl, die unten stand, habe ich ihm gezeigt. Und dann hat er gesagt, wie? Das ist gerade auf meinem Konto. Und dann hat er gesagt, okay. Hat sich umgedreht und war stumm. Damit war es für ihn klar. Damit war es für ihn klar, dass zumindest ich jetzt relativ ordentlich Geld verdiene, sagen wir es mal so. Das ist auch wichtig, weißt du. In dem Augenblick, wo der Papa sagt, okay, ich muss mir keine Gedanken mehr machen. Der Junge hat es gepackt, weißt du. Das war zwar aus meiner Sicht nicht ganz nachvollziehbar, was er gemacht hat, aber es hat funktioniert unterm Strich. Und das ist das Wichtige, was zählt dabei, ne? Ja, das war für ihn schon auch sehr beruhigend. Und noch eine kleine Erektote. Mein Papa hat sich mit dem Loben sehr schwer getan. Also ich kam zum Beispiel nach Hause und habe in der Schule zwar die beste Diktatnote gehabt, aber das war eine Eins-Minus und es waren drei Fehler drin. Und dann sagt mein Papa, mussten diese drei Fehler sein? Und so hat er dann eben auch in den ganz, ganz tollen 90ern dann mehrfach auch Konzerte in Stuttgart in der Schleierhalle natürlich, die Heimspiele sozusagen besucht. Und dann habe ich ihn natürlich dann hinterher auch gefragt, Papa, jetzt sag mal, wie war es? Ja, es war schon irgendwie schön, ein bisschen laut. Und ganz am Ende, er war im Gesangsverein tätig und ganz am Ende vielleicht als Zugabe ein, zwei schöne deutsche Volkslieder. Das wäre vielleicht schön gewesen. Das ist ja klasse. So war mein Papa und so habe ich ihn gekannt und so ist er auch geblieben. Wenn er nicht so wäre, wie er gewesen ist damals, dann wärst du nicht da, wo du heute bist. Das muss man so sagen. Er hat dich geprägt. Ich weiß es, ich weiß nicht. Ich hatte ja, also ich hatte auf der einen Seite meine Eltern natürlich, aber ich war auch, wurde sehr geprägt durch meine deutlich älteren Geschwister. Acht Jahre, zwölf Jahre älter. Also so hatte ich so einen Impact von zwei verschiedenen Altersstrukturen als Eltern sozusagen. Unterschiedliche Generationen. Die Ute war ja immer, die ist ja heutzutage immer noch sehr dicht bei dir. Ute ist ja überall, wo Hartmut ist, ist Ute eigentlich auch. Und mich wundert, dass sie heute nicht da ist. Ja. Und sie hat heute kein Catering hier bekommen. Weißt du, persönlich geschmierte Stullen oder sowas. Ja, sie bereitet sich jetzt schon richtig vor. Auf der Tour wird sie als Garderopiere wieder für die Band mitreisen und dabei sein. Das ist unglaublich, weil sie ist ja acht Jahre älter. Das heißt, du bist 61, sie ist 69. Sie wird im Juni tatsächlich 70. Meine Güte. Und immer noch on Tour. Ja, sie hat auch eine eigene Hobbyband und damit der geht sie auch. Die spielen zum Teil in Kirchen und auf Festen. Das macht ihr Spaß und das macht sie auch ganz toll. So die gute Seele bei euch bei euren Konzerten, die sorgt dafür, dass das Umfeld stimmt, muss man so sagen. Ja, so ein bisschen Familie ist immer gut. Wenn Ute da ist, läuft alles. Redet ihr vor dem Auftritt über den Auftritt? Haut sie dir auf die Schulter und sagt, Hartmut, du machst das schon, mach dir keine Gedanken, wird alles gut? Ja, sie kommt, während ich warm singe, huscht sie kurz rein und sagt, brauchst du noch einen warmen Tee jetzt für die Stimmbändchen oder ist alles gut? Und wir diskutieren jetzt nicht das Konzert durch. Aber sie kümmert sich so drum herum, dass ein gutes Feeling entsteht. Und sie hört es auch mit an und sagt anschließend, der hat mir gut gefallen oder ich habe gesehen, da war irgendwas so. Ja, immer partiell. Sie hatte dann am Ende auch schon vorzubereiten, dass wir ein paar Schnittchen in der Garderobe haben, wenn wir von der Bühne runterkommen. Aber sie guckt dann mal den ersten Part an und dann, sie guckt sich so in fünf, bei fünf Städten hat sie es dann einmal durchgehört. Weißt du, ich glaube, das ist so dieses Familiäre, was ihr in dieser Band habt, in diesem Konstrukt. Ich meine, es ist eine esoterische Erklärung aus meiner Sicht, aber ich glaube, das überträgt sich so ein bisschen. Weil das, was ihr so habt, Friends and Family ist das ja. Euer Publikum ist genau das. Das ist ein großer Freundeskreis. Ja, also da ich sie nicht alle kenne, ist es für mich nicht ganz... Aber alle kennen dich. Aber es ist schon so, dass wir manchmal auch in der größten Halle das Gefühl haben, dass während des Konzerts sich das in ein ganz großes Wohnzimmer verwandt. Genau, das meine ich damit, ne? Ja, dass sie alle wirklich richtig gut fühlen und alle miteinander diesen Abend feiern. 87, das erste Album, noch nicht so erfolgreich. Ihr seid in den Charts seit 1990. Unendlich mehr Platz war damals das erste Album, was in die Charts reingegging. Das war Platz 45, ne? Ja, ja, ja. Und dann kamen noch zwei Alben, die waren nichts ohne Grund 13 und Seiltänzertraum auf zwei. Und ab Abenteuerland war es immer Platz eins in den Charts. Ich glaube, einmal war es noch zwei zwischendurch. Und das Neue ging aus Gründen, die ich gleich erläutern kann, auf Platz drei. Denn wenn man die ersten vier Wochen keine Promo machen kann, wenn das Album veröffentlicht wird, dann ist das ein bisschen schwierig. Und das hat meinen Kater verhindert, indem er mir mit der Kralle ins Auge gefasst hat. Und ich musste dann erstmal ein paar TV-Shows absagen. Ach, guck an. Weil das Auge wirklich knallrot war und ich im ersten Moment auch nichts gesehen habe. Und ich habe dann komplett Ruhe verschrieben bekommen, damit sich die Pupille in aller Ruhe ausruhen kann. Und es ist alles wieder gut verheilt und musste nicht operiert werden. Und ja, dann habe ich etwas nachgearbeitet. Aber Platz eins haben wir dann leider nicht geschafft. Mit diesem Album ist aber nicht so schlimm. Aber insgesamt ist es, man kann sagen, alle Alben Top Ten. Damit sind wir ja wieder. Und Top Ten ist ja immer die Messlatte sozusagen. Ja, ich glaube, zehn Nummer Einsen waren es. Nach unserer Zählweise. Nach eurer Zählweise. Bei 17 Alben insgesamt. Meine Güte. Eine unglaubliche Geschichte. Und ich meine, wer mal ein Pur-Konzert miterlebt hat. Und ich meine, für mich waren es, glaube ich, ich war zwölf Mal zum Konzert. Wow. Meine beiden schönsten Konzerte war einmal Berliner Waldbühne. Unglaubliche Stimmung. Fantastisch. Tolles Wetter vor allem auch. Es war so ein schöner Tag. Es gibt ja so Tage, wo man sagt, Mann, was für ein schöner Tag. Und dann als Höhepunkt dieses Tages noch ein Pur-Konzert hinten drauf. Und Wittenberge, alte Ölmühle. Das war auch schön. Das war eine ganz spezielle Location. Nicht wahr? In diesem alten Industriedenkmal dort ein Konzert zu spielen. Das war großartig. Für uns ist bei Open Airs tatsächlich das Ambiente mit das Wichtigste. Also wir spielen ungern einfach große Flächen flach von der Bühne runter. Sondern wir haben es gern, wenn es Schlossplätze, Rathausplätze, Amphitheater, dass es eine spezielle Atmosphäre hat. Das macht dann auch mit der Band was. Ich kann mich erinnern, dass du auch mal bei so einem großen Möbelhaus gespielt hast in Berlin. Das war auch schön, aber es war anders irgendwie. Im Hintergrund floss der Verkehr vorbei. Da habe ich so gedacht, naja, das geht anders. Ja, das war so ein Zwischendurch ganz speziell und aller Ehren wert. Die haben das toll organisiert von dieser Möbelfirma. Aber es war nicht innerhalb von einer Pur-Tour jetzt ein von uns vorbereitetes Konzert. Ich muss noch ein Konzert ergänzen, als du solo unterwegs warst. Dein erstes Solo-Album 2005 war es. Und das einzige. Genau. Da haben wir auch nochmal so ein ganz intimes Konzert bekommen. Da war ich dabei. Kann ich mich erinnern, das war auch ganz schön. Also Hartmut Engler mal so ganz auf engem Raum zu haben, ist auch schön. Das ist so dieses Gefühl wie Sing mein Song, das Tauschkonzert, wo du quasi als Fernsehzuschauer ja auf der anderen Seite des Tisches sitzt. Du sitzt also quasi ganz dicht dran an deinen großen Idolen. So ist es ja. Ja, es war klar. Ich wollte das einfach mal testen damals. Mal einfach ein englischsprachiges Album zwischendurch zu machen und habe dann 18 kleine Konzerte in tausender Clubs etwa gebucht. Und das war eine schöne Erfahrung, die mir aber auch gezeigt hat, mein Herz hängt schon an dieser Purgeschichte etwas mehr und dann habe ich das nicht weiter forciert. Ich mag dich auch lieber in Deutsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl, du hast ja bei Sing mein Song auch mal gezeigt, dass es anders geht. Ja, ich kann das ganz gut durch die vielen Jahre in amerikanischen Clubs. Das hat die Band in den Anfang 80ern, haben wir sehr viele amerikanische Clubs zum Gelderwerb auch gespielt. Da hießen wir dann nicht Crusade oder später Opus, sondern wir hießen da Moonstoned. Und das war lustig, Top 40 von ACDC bis Zappa. Und da lernt man natürlich dieses etwas imitieren, dieses Englische. Und das kommt mir auch immer gelegen, wenn wir internationale Gäste in der Arena auf Schalke haben. Also letzten September war der Eric Bazilian von The Hooters, war er mit uns auf der Bühne und das hat mir total Spaß gemacht. Dieses Johnny B, how much there is to see, just open your eyes and listen to me. Das macht mir total Spaß so. Was hörst du denn eigentlich für Musik, wenn du selbst Musik hörst? Ziemlich viel alte Musik. Also ich bin ja ein totaler Beatles-Fan, weiß man ja. Ich höre aber auch heute noch die alten Beatles, Cat Stevens, Pink Floyd. Ich höre auch Aerosmith wahnsinnig gern. Oder Coldplay ist zum Beispiel auch eine meiner Lieblingsbands. Ja, da findest du in aktuellen Charts auch immer was, was dir gefällt. Nicht allzu viel, aber ich finde schon was. So ein bisschen ehrlicher Rock ist ja immer mit bei. Coldplay sind ja fast immer irgendwo platziert. Und die Hooters in den 80ern waren natürlich auch eine fette Band. Wie bist du auf die gekommen für deine Tour? Weil ich die auch wahnsinnig gerne höre. Und wir haben einfach so eine Liste, wo wir immer mal aufschreiben, wer uns einfällt. Und dann nachforschen, ob die available wären oder ob die das mitmachen würden in der Arena auf Schalke. Wir hatten ja Christy Berg, ich habe mit John Miles Music singen dürfen. Das war großartig. Und also Roger Hodgson von Supertramp. Ja, da haben wir 20 Minuten Medley gemacht. School und Logical Song und das ist alles mit ihm gesungen. Das war echt schön. Also man kann sich da auch so ein bisschen Wünsche erfüllen, die man schon früher hatte. Und die lassen sich jetzt umsetzen. Geil. Ich war auf Schalke noch nicht dabei, muss ich sagen. Das muss ich irgendwie nochmal hinbekommen, dass ich so ein Konzert nochmal miterleben kann. Ich meine, Giesinger war dieses Mal bei, Max Giesinger hast du, da machen wir sowieso, Heinz-Rulauf-Kunze, Cassandra Steyn. Also das ist schon ein sehr erlesener Personenkreis, den du da zusammenpackst. Also die ersten Versuche waren etwas schwieriger, da die Gäste zu begeistern von dem Ganzen. Aber mittlerweile ist das ein Selbstläufer. Also mittlerweile hat man auch den einen oder anderen Kollegen, der durchblicken lässt, dass er auch gern mal dabei wäre. Das Ding ist ausverkauft, sobald die Karten in Verkauf kommen. Das ist immer erstaunlich. Ja, es ist kein Selbstläufer. Wir sind froh einfach, dass es immer noch so toll ist. Also dieses Mal war es ausverkauft, 2017 war es auch ausverkauft. Einmal davor hatten wir nur knapp 50.000 Mal, aber jetzt waren es dann echt wieder 68.000. Das ist natürlich schon ein Brett. Die Bühne ist in der Mitte und wenn ich dann Fußballspiele sehe, wenn Schalke spielt, Heimspiel, ich sehe es in der Sportschau und dann sage ich immer, da, wo der Mittelkreis ist, da stand die Bühne. Bist du eigentlich noch Stuttgart-Fan? Ja, natürlich. Das erklärt sich. Ich bin da aufgewachsen und das ist dann der erste Verein, bei dem man mal ein Bundesligaspiel gesehen hat. Und natürlich ist da schon Liebe da. Wir haben ja auch in Biedigheim einen tollen Sport, die Steelers, Eishockey-mäßig. Da bin ich auch wirklich sehr gern dabei. Wir haben ganz toll Handball, Männer und Frauen. Die Frauen sind deutscher Meister. Und da sind wir mit unseren 45.000 Seelen eigentlich sehr stolz, was da sportlich alles geleistet wird. Bist du Unterstützer bei sowas, ja, ne? Ja, ja, absolut. Und wir haben außer Pur natürlich jetzt inzwischen auch drei berühmte Rapper aus Biedigheim-Bissingen. Bowsa, Shindy, Rin. Und da ist was los in Biedigheim-Bissingen, muss ich echt sagen. Musikerstadt. Ja. Bist also nicht mehr der einzige Promi, der durch Biedigheim marschiert, ne? Ja, so ungefähr. Wie ist das eigentlich? Ich habe ja schon viele Künstler hier gehabt, die sind in ihrer Heimatstadt normale Bewohner. Das heißt, so eine Stefanie Heinzmann aus der Schweiz, die läuft doch hier in Ordnung. Ach, die Stefanie ist da. Sie ist Superstar in der Schweiz ansonsten. Und wie ist es bei dir? Kannst du eigentlich ganz normal durch Biedigheim laufen oder quatsch nicht alle an? Ich nehme sogar aus, zum Bäcker, zum Metzger in Jogginghosen zum Einkaufen zu gehen. Nein, echt? Und das ist völlig okay, weil ich das immer so mache. Und da geht es mir gut. Einmal im Jahr ist Pferdemarkt und da sind ganz viele Fremde in der Stadt. Und dann ist es ein bisschen merkwürdig. Aber wenn nur Biedigheimer da ist, dann ist es in Ordnung, ja? Ich bin da aufgewachsen, die kennen mich, die haben den ganzen Werdegang mitbekommen. Und es gibt da uns gegenüber quasi keinen sozialen Neid, sondern eher so ein Stolz, dass sie ihren Verwandten, Bekannten anderswo erzählen können. Wir kommen aus Biedigheim ein bisschen. Ach, das ist doch die Stadt Metburg. Ja, ich kenne die Jungs. Und die haben das großartig gemacht. Und die sind auch ganz normal geblieben und so. Es ist nicht nur der Hartmut, es sind die anderen auch natürlich. Die anderen auch, ja. Also alle prominenten Musiker aus der Stadt. Hätte das jemand damals schon gewusst, ne? Dein Direktor von der Schule. Hätte der gewusst, was passiert, weißt du? Er stellt euch die Aula zur Verfügung, in der ihr dann spielen dürft. Und hätte der gewusst, was der damals für ein Riesending losgetreten hat, ne? Ja, es war nicht abzusehen. Also wir mussten uns dann in den ganzen Jahren immer auch wieder mal zwicken, um zu gucken, ob das alles wahr ist. Ich meine, davon wäre ja nicht auszugehen. Selbst als wir dann 30 waren und als der Erfolg losging, konnte man ja nicht davon ausgehen, dass man das jetzt mit 60 immer noch so macht. Je oller, je doller quasi. Und das hat uns alle schon total erstaunt, dass wir das Niveau halten konnten. Ihr habt ja mal gesagt, ihr macht irgendwann Musik mit 60, setzen wir uns wieder zusammen und gucken, ob wir noch Bock haben, ne? Da kam die Pandemie dazwischen, als wir uns zusammensetzen wollten. Ne, es war irgendwann dann klar, das war es jetzt nicht für uns. Also da muss schon noch deutlich was kommen. Mann, die Stones spielen mit 90 noch und die werden gestützt auf der Bühne. Da habt ihr noch ein bisschen was vor euch. Absolut. Also wenn man das sieht, dann weiß man, was möglich ist. Deshalb ist es im Moment sicher nicht abzusehen. Das heißt, wir werden bestimmt noch einiges machen. Hoffentlich. Das letzte Album heißt Persönlich. Erschienen 2022 und aufgrund der Katze. Ein bisschen auf jeden Fall schon, was die Promo anbelangt. Aber nicht doll unerfolgreicher als die Alben davor. Nee. Es ist also fast gar nicht zu merken, Hartmut. Und schöne Songs drauf, die in den einzelnen Heimstudios entstanden sind. Ja. Deine einzelnen Bandkollegen, ja? Ja. Jeder hat für sich so ein bisschen. Richtig. Während der Pandemie, wir waren natürlich auch separiert und die Jungs haben mir dann Songs zugeschickt. Und ich habe dann im stillen Kämmerlein, in meinem Holzkämmerchen, im Hirnhäusle vor mich hingetextet. Und deshalb auch persönlich, ich habe mich nicht sehr ausgetauscht zu den Inhalten. Ich habe das wirklich ziemlich für mich gemacht. Also es war wirklich so, die Jungs haben die Musik gemacht, ich die Melodien und die Texte. Und dann kam das alles schlussendlich dann zusammen und hat funktioniert und alle fanden es grandios. Und dann habe ich gesagt, ihr habt jetzt nichts dagegen, wenn ich das persönlich nenne. Weil mein Ego dann ein bisschen weiter nach vorne rutscht. Aber dafür haben die auch Verständnis, dafür übernehme ich auch sehr viele Aufgaben, die jetzt hier zu sitzen und zu quatschen. Also sie haben jetzt gerade Freizeit. Ich habe das ja verfolgt, also deine Höhen besonders und natürlich auch deine Tiefen, die in deinem Leben passiert sind. 2008 hast du so einen Absturz, Depressionen hast dir helfen lassen. Zwischendurch gab es ein kleines Problem mit Alkohol etc. Wie ist das mit Corona gewesen? Weil ich hatte ja eine ganze Menge Musiker hier, die während Corona gedacht haben, also mein Leben ist vorbei. Ich komme damit gar nicht mehr klar. Und andere sind durchgedreht und haben gesagt, ich habe so viel Energie. Ich schreibe erst mal 50 Songs und dann geht es aber wieder richtig rund. Also ich gehöre zu den Ersteren. Also bei mir ging kreativ erst mal gar nichts, weil ich überhaupt nicht wusste, wohin geht die Reise. Und es war nur eins völlig klar. Wir haben gesagt, für Pur gibt es keine Autokinokonzerte vor Autos. Und auch keine Streamingkonzerte, sondern wir warten, bis wir wieder richtig dürfen. Und wenn das lange dauert, dann sitzen wir das aus. Aber die Verzweiflung war dann stellenweise schon groß, weil es nicht absehbar war. Also nach einem Jahr Pandemie konnte man immer noch nicht genau sagen, wann können wir denn wieder planen. Und sowas wie eine Arena auf Schalke, das machst du nicht. In drei Monaten geht es los. Das musst du ein Jahr vorher entscheiden, dass das stattfinden soll. Und da waren wir mit unserem Konzertveranstalter zusammen mutig. Wir haben einfach darauf gesetzt, dass bis dahin es wieder gehen möge und erlaubt ist. Und mich haben gerade die Kollegen nervös gemacht, mit denen ich telefoniert habe. Die gesagt haben, ich schreibe wie wild. Also wenn die Pandemie rum ist, habe ich zwei Alben geschrieben. Und ich dann gesagt habe, wie machst du das? Ich bin nur frustriert. Ich sitze hier rum und weiß nicht, wohin mit mir. So ging es mir. Ja, das ging einigen ja so. Und ich meine, du hattest ja auch noch diesen ganzen Konstrukt zu verwalten. Pur ist ja nun mehr als die Band. Da hängt ja noch ein Riesentrost dran. Techniker und Bühnentechniker und was da alles so dran hängt. Und ich meine, du als ehemaliger Rodi, damals bei Udo Jürgens. Du weißt ja, was auch diese, also es ist ja eine große Gruppe von Menschen, die so wichtig sind für solche Riesenauftritte wie auf Schalke zum Beispiel. Ja, und viele sind dann eben in andere Berufe abgewandert. Und wir sind wahnsinnig froh gewesen im letzten Sommer, dass für den Auftritt in Schalke und ein paar Konzerte drumherum, die wir als Vorbereitung gebraucht haben, also mehr oder weniger Warm-up-Konzerte, da waren unsere ganze Mannschaft, der harte Kern, die 15 Leute, die immer seit vielen, vielen Jahren mit uns solche Konzerte durchziehen, die waren alle plötzlich wieder da. Die haben zum Teil dann ihre Jobs wieder gekündigt oder sich zumindest Urlaub genommen. Und die sind auch jetzt im April, Mai ist unser Stammteam wieder beisammen und das ist super. Die Pur-Familie ist wieder zusammen. Bist du eigentlich nach dieser langen Zeit auf der Bühne, bist du dann noch aufgeregt und denkst, ich habe jetzt eine lange Pause gemacht, bevor es wieder losgeht. Kann ich das eigentlich noch alles? Wie fühlt sich das an? Hast du sowas auch oder sagst du, nee, jetzt lass mich rauf auf die Bühne, ich muss? Nee, das war letzten Sommer, das war schon heftig. Also es waren wirklich drei Jahre vergangen, das gab es noch nie in der ganzen Pur-Geschichte. Und wir hatten dann in Planung im Schalke, Vorverkauf lief fantastisch. Und ich sagte, ich kann nicht einfach hier vom Sofa aufstehen, in die Arena fahren und vor 65.000 Leuten spielen, Freunde. Ich weiß nicht mehr, wie das geht, auch wenn es dann toll wird, aber das ist so ein Hassel, das ist Nervenkrieg. Und so haben wir eben vier Konzerte vorher gemacht im August letzten Jahres von, ich sage mal, von 6.000 bis knapp 20.000. Und da konnten wir uns langsam wieder an die Masse gewöhnen, an die vielen Leute. Und das erste war eben vor 6.500 und da war die Nervosität wahnsinnig groß. Weil man fragt sich, ist die Magic noch da, ist die Magic weg? Denn wir haben als Band irgendeine Wirkung, die wir selber gar nicht richtig begreifen und die man auch nicht steuern kann. Das ist etwas, was da ist, ohne dass wir es erzwingen können. Und wir haben aber in ein paar Minuten schon gemerkt, ja, es geht noch, es geht sogar wunderbar und es wird schön. Ja, so sind wir dann Schalke angegangen und jetzt mit der Tour, wir wissen es ja, wir können es noch und ja, wir werden es geben und wir werden es auch nehmen, den Applaus, den Risiken. Ich versuche mich da manchmal so reinzudenken, denke, okay, als du damals 96 deinen ersten Auftritt hattest vor dieser Riesenkulisse mit 75.000 Menschen im Stadion, da hast du ja irgendwie, da warst du kurz davor, entweder falle ich jetzt in Ohnmacht oder ich weiß, dass ich kann. Es war eine Live-Übertragung, also die ganze Show live auf damals Premiere, Vorläufer von Sky. Das war wirklich ein Zustand, das war so im Tunnel, ich stand hinter der Bühne, ich habe gehört, dass wir angesagt werden und wie die Masse tobt. Und in dem Moment bin ich wirklich die Treppe hoch und habe gedacht, entweder falle ich jetzt gleich richtig in Ohnmacht, weil ich es nicht aushalte oder ich kriege es hin und dann bin ich wahrscheinlich einer von den Großen. Und es hat geklappt mit den Großen. Es hat geklappt, ich ging danach ziemlich stumm und geschafft in die Garderobe, habe mir ein Handtuch über den Kopf gezogen und habe erst mal richtig geflennt, weil der ganze Druck weg musste. Und als ich mich dann so ein bisschen geschüttelt hatte, habe ich das Handtuch vom Kopf gezogen und da dachte ich so bei mir, Mensch, mit wem diskutiere ich das? Meine Musiker, okay, die waren dabei, aber als Sänger vorne in der Mitte, das ist nochmal was ganz anderes. Und dann habe ich, glaube ich, einfach in die Runde gesagt, hat jemand die Telefonnummer von Mick Jagger? Und wer hatte sie? Keiner hatte sie natürlich, ich hätte sie auch nicht angerufen, aber der Gag kam gut. Der kann ich mir vorstellen. Und der hat dann die Stimmung gelockert. Und da war es dann eigentlich wirklich nur noch die reine Glückseligkeit. Merkst du dann irgendwann, wenn du oben stehst, wenn du anfängst zu singen, ah, die Stimme ist da, alles klar, jetzt funktioniert es? Weil ich meine, bei DJs ist es immer so, wenn ich den ersten Mix gemacht habe oder den zweiten Mix, weißt du, weil du sagst, der funktioniert. Die Leute tanzen, alles klar, hat funktioniert. Dann weiß ich, das gibt Sicherheit. Wenn du als Moderator den ersten Satz auf der Bühne gesprochen hast, der sitzt und die Leute haben vielleicht einmal geklatscht oder gelacht, weißt du, okay, funktioniert. Wie ist es bei dir beim Singen? Das löst sich natürlich schon, die Anspannung löst sich, aber die Konzentration muss einfach komplett da bleiben. Und deswegen ist so eine Grundspannung bis, ich sage mal, bis zum Zugabenbereich, die ist immer da. Bis hinten zur Zugabe? Ja, bis hinten zur Zugabe bin ich etwas fokussiert, weil ich weiß, ich muss jetzt das tun, ich muss dann jenes machen. Dann möchte ich, dass mit dem Publikum zusammen jetzt die und jene Aktion gelingt und dann habe ich das, jetzt habe ich das getan, jetzt kommt aber das Nächste. Bei dem Konzert jetzt auf Schalke, letztes Jahr war es ganz krass, weil ich ja auch durch den Abend geführt habe. Also ich habe insgesamt zehn Gäste mit ins Programm, mit einbezogen, mit denen gesungen, sie angesagt, verabschiedet. Da muss man komplett dabei bleiben. Da kann man nicht sagen, oh, läuft aber jetzt. Da warst du zwischendurch auch noch der Thomas Gottschalk, gell? Ja, so ein bisschen habe ich mich so gefühlt. Eine große Samstagabendshow vor 70.000 Leuten. Es ist genau das, ne? Es ist eine Mischung aus Entertainment und Mucke, ne? Ja, ja. Wenn du der vorne in der Mitte bist, dafür musst du dir nicht merken, wie das Instrument geht. Hast du schon mal auf der Bühne ein Blackout bekommen? Ja. Ist ja bei euch aber kein Problem, weil alle Leute ja alle Texte kennen. Also das heißt, du kannst dich auch zurücknehmen und sagen, okay, bist du... Also theoretisch, ja. Aber mir sind auch Sachen passiert, wo die Band fängt an, ein Lied zu spielen und mir fällt einfach der Text nicht ein. Und dann habe ich gesagt, vielleicht spielen wir lieber das Nächste. Wir haben es dann später im Programm, glaube ich, wiederholt oder dann doch gespielt. Aber da sind schon so Dinge passiert. Was sagen die denn, deine Mitmusiker? Was ist denn los heute mit Hartmut? Ja, wenn ich Glück habe, der Joe ist immer ganz, ganz schnell und fit dabei, dass mir der das zuruft. Oder inzwischen gibt es ja auch immer ein paar Hilfsmöglichkeiten, dass irgendwo auf der Bühne so ein kleiner Telepompter versteckt ist, wo man dann mal hingucken kann und sagt, oh, so geht's weiter. Aber eigentlich bräuchtest du nicht, weil du kannst ja dich aufs Publikum verlassen. Die sind ja alle textsicher, ne? Ja, also es gibt sicher auch Stellen, wo man da zwischendrin, wenn der Song schon so richtig läuft, einfach mal das Mikro ins Publikum hält, weil man gerade die nächste Zeile nicht parat hat. Bei uns kann man sich das schon leisten. Hattest du noch irgendwelche Pannen? Stromausfälle nimmt man gerne. Was machst du dann? Ich kann mich an einen ganz frühen Stromausfall erinnern. Da wollten wir gerade, wenn sie diesen Tango hört, spielen. Und dabei haben wir festgestellt, dass bei diesem Lied tatsächlich auch die Verse komplett mitgesungen werden. Denn ich habe einfach die Leute eindirigiert und dann haben die das ganze Lied ohne uns gesungen und am Ende war der Strom dann auch wieder da. Das ist aber auch geil, oder? Das sind so Erlebnisse, die bleiben. Das war sensationell. Oder eben auch, wenn bei einem Open-Air-Konzert es so regnet, dass die Leute also fast schon am Ertrinken sind vor der Bühne und es trotzdem eine fantastische Atmosphäre gibt, so unter dem Motto, jetzt aber erst mal recht. Und das sind so die Dinge, die vergisst man nicht. Also wenn ein Konzert so, ich sage mal, normal toll läuft, dann kann das schon sein, dass man sich da ein Jahr später nicht mehr dran erinnert. Wenn es normal toll läuft. Wenn es normal toll läuft. Das wäre für andere Leute aber schon ein hohes Niveau, weißt du? Und du sagst, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, bei tausend Konzerten kann man das vielleicht auch verstehen. Och, tausend Konzerte ist das ja Wahnsinn. Und davon waren, glaube ich, also fast die Hälfte in riesen Locations. Ich meine, kann man da denn überhaupt noch, kannst du dir bei diesen, du hast ja immer so Publikum zwischen, weiß ich nicht, in so einem Stadion zwischen 50.000 und 80.000 Menschen. Kannst du da auch noch, gibt es Nuancen, wo du sagst, das war noch besser als das andere? Hast du so ein Lieblingskonzert, wo du sagst, das war das allerbeste Konzert aller Zeiten? Also da müsste ich jetzt gar nicht so weit weg gehen. Das war Schalke, ja. Das war wahrscheinlich der Eindruck, weil es eben auch noch nachwirkt bis jetzt. Das war jetzt, das letzte auf Schalke war schon unfassbar toll. Also die Leute waren, ich glaube jetzt auch nach dieser Pandemiezeit, die wollten nicht einfach nur Party machen, so Bier trinken und dann Lena singen, sondern die haben von vorne bis hinten mitgemacht, zugehört, waren konzentriert und haben abgefeiert. Also das hat mich schon sehr beeindruckt. Das ist cool, wenn die Leute Bock drauf haben. Und das war nach der Pandemie ja zu merken bei allen Sachen. Ich war zwischendurch im Quatsch-Comedy-Club, wir haben so eine Kooperation mit denen und war das erste Mal nach der Pandemie wieder im Quatsch-Comedy-Club. Die mussten einmal nur Piep machen und die Leute sind durchgedreht einfach, weil sie Bock drauf hatten, weißt du? Ja, man merkt das. Also diese Pause, auf die Art und Weise weiß man das sicher auch wieder mehr zu wertschätzen, was da auf der Bühne passiert. Und nun geht die große Tour los. Also das neue Album persönlich ist ja seit November eigentlich raus. Es gab ja quasi so einen Nachtermin für die VÖ, das war irgendwie Januar, ne? 23, als das so richtig nochmal… Da sind wir im Prinzip dann richtig in die Promo, nachdem der Weihnachtszirkus durch war. Nachdem die Katze… Die Katze mich zu Hause dabei geholfen hat, mich wieder gesund zu pflegen. Sie wurde nicht bestraft, ne? Ich war schuld, ich hätte sie einfach loslassen sollen. Das ist ein jugendlicher Kater und der wehrt sich nun mal, wenn man ihn drücken will. Völlig klar. Gut, und jetzt steht die Tour bevor und es gibt ein großes Konzert in Berlin, Mercedes-Benz Arena. Eigentlich hätte man gleich eine Nummer größer nehmen können, oder? Ne, also die großen Hallen und die Jahreszeit bedingt natürlich auch, man will nicht im April unbedingt Open Air spielen. Ne, das ist für uns schon so genau das Richtige. Wir spielen jetzt in allen großen Städten die großen Hallenarenen und das macht Spaß. Ich glaube auch nicht, dass wir im Moment in der Lage wären, so wie auf Schalke in der ganzen Republik in großen Stadien zu spielen. Das ist schon so ein eigenes, so eine Zweitmarke, dieses Pure and Friends auf Schalke. Das ist eine schöne Marke. 29.04. ist der Termin in der Mercedes-Benz Arena und da geht natürlich tierisch die Post ab, aber ihr spielt euch vorher warm. Tourauftakt ist, glaube ich, am 19. April in Bayern, ne? In München geht es los, in der Olympiahalle. Und davor, in der Tat bei uns zu Hause um die Ecke, da gibt es eine Arena, wo die Ludwigsburger Basketballern, Erstliga-Basketball gespielt wird normalerweise und da proben wir dann eine Woche und da gibt es auch ein öffentliches Abschlusskonzert, das sind dann 3000. Das ist dann so unser richtiges Warm-up, um zu checken, läuft das Programm gut, gibt es da irgendwie Schwachstellen, muss man noch was umstellen und dann geht es am 19. tatsächlich in München los. Am Ende auch zweimal in Dortmund in der Westfalenhalle. Da ist dann das große Finale. Und da spielt er das komplette Repertoire wieder oder das neue Album oder eine Mischung aus beidem? Ja, also du kannst kein Purkonzert machen ohne Lena und Funkelperlen auch. Das geht ja nicht und wir freuen uns natürlich drauf. Das sind keine Songs, die man besonders gern übt ohne Publikum, aber mit Publikum ist das natürlich immer eine Raserei. Das ist großartig. Und natürlich freut sich die Band auf die neuen Songs. Wir werden einiges vom neuen Album spielen, aber natürlich ist ein Purkonzert auch immer so ein Best-of. Du hast dir Leute geholt, die beim neuen Konzert mit dabei sind, also Cassandra Steen und Heinz-Olof Kunz hat den Text geschrieben. Wird denn bei dieser Tour auch Cassandra Steen mal mit auf der Bühne stehen oder war das jetzt nur für die Schalke-Geschichte? Nee, also in der Tat haben wir, weil uns das so dermaßen gut gefallen hat, eben in der Arena auf Schalke mit, auch mit Cassandra, aber auch Naturally 7, die New Yorker Vocalband. Und die haben wir auf der ganzen Tour dabei. Die machen auch ein bisschen im Vorprogramm und bei uns dann mit in der Show. Und die Cassandra ist einige Male dabei. Und da, wo Cassandra nicht da ist, haben wir auch eine ganz tolle Duettpartnerin, die heißt Pepper und die war auch damals bei Glashaus die Nachfolgerin von Cassandra. Also das sind zwei wahnsinnig tolle Sängerinnen. Naturally 7 waren tatsächlich auch schon in diesem Studio hier. Wir haben schon gesungen. Ich finde die ja großartig. Eine ganz tolle, unglaubliche Akapella-Band. Und ich meine, die mit Funkelperleneugen ist natürlich der Wahnsinn. Ja. Mit Akzent. Der deutsche Text hält sich ja in Grenzen, was die Jungs sind. Das übernehme ja hauptsächlich ich. Aber das finde ich super, eine super Idee. Die haben ja damals Sarah Connor auch begleitet und haben Dinge gemacht, die man normalerweise, das ist ja auch, da muss man wieder über seinen Tellerrand hinausschauen, um auf diese Idee zu kommen. Ja, Zufall. Ich war einfach bei ihnen im Konzert mehrere Mal. Ich fand die wahnsinnig toll. Und dann ergab es sich, dass wir einen gemeinsamen Bekannten haben, der das Management für sie in Europa so ein bisschen schmeißt. Und da habe ich ganz vorsichtig mal angefragt, ob das denn überhaupt denkbar wäre. Und dann habe ich mich ganz flott in die Garderobe nach dem Konzert zu den Jungs reingetraut und habe gesagt, ich singe zwar nicht so gut wie ihr, aber ich kann euch volle Hallen bieten. Das stimmt natürlich auch gar nicht. Und das fanden die dann sehr, sehr charming und so hat sich das dann ergeben. Und jetzt ist es so, die ehemalige kleine Schülerband ausbiete ich ein. Wir singen, leistet sich Naturally 7 als Begleitband. Das ist unfassbar. Hatten die von dir schon gehört? Vorher? Nein, ich glaube nicht wirklich. Also natürlich sind sie dann vorbereitet gewesen, wer da zu ihnen in die Garderobe kommt. Aber ich glaube, vorher hatten die pur so nicht auf dem Schirm. Aber dann, oh, ist ja eine ziemlich große Nummer, bei der ihr engagiert seid. Auf dem neuen Album gibt es einen Song, der heißt Vollsein. Als ich das das erste Mal gelesen habe und ich hatte ihn vorher nicht gehört, habe ich gedacht, ah, worum geht es da? Es geht wahrscheinlich um einen, weiß ich nicht, wir haben ja damals, als die Corona-Pandemie vorbei war, einen Song gemacht, wo wir gesagt haben, wir können endlich wieder feiern. Der hieß Endlich mal wieder ein Zwitschern. Das war so ein BB-Radiosong fürs Radio. Endlich mal wieder ein Zwitschern, habe ich gedacht, okay, das stimmt. Endlich mal wieder ein Zwitschern, Vollsein. Das ist die Assoziation, aber darum ging es eigentlich nicht. Also das ist natürlich gewollt, dass es so ein bisschen ein Schmunzeln hervorruft. Aber dann ist es dann doch ein sehr inhaltsschwangerer Text mit vielen interessanten Blickwinkeln, der einfach im Refrain kanalisiert dieses Gefühl, mir reicht es jetzt mit den Verboten, mit dem, was man alles nicht darf. Mit den Fantasiebeschränkungen, mit den ganzen Grenzen. Mir reicht es, ich will voll sein. Ich will wundervoll sein, voller Freude, voller Liebe, voll bis oben hin mit Herz. Und der Refrain hat so etwas Hymnisches. Und das haben wir, als wir es schon auf Schalke getestet haben, als ersten Song vom neuen Album, haben wir gespürt, dass das viel Potenzial hat. Da geht was. Vor allem der dritte Refrain, wo es dann einfach heißt. Na dann, lasst uns voll sein. Wundervoll sein. Man feiert sich da einfach sehr schön gemeinsam selber ab. Ich habe großes Glück, dass dieses Format ein bisschen später stattfindet, weil du bist ja nicht so der Frühaufsteher. Künstler schlafen ja im Allgemeinen sehr lange. Mein Thorsten Sträter kriege ich vor 13 Uhr gar nicht aus dem Bett. Also da können wir frühestens 14 Uhr oder 15 Uhr besser anfangen. Oder am besten 18 Uhr. Da ist ja so eine Hochform. Wie ist das bei dir? Also ich bin kein so Langschläfer, wie ich es früher war. Also ich stehe zu Hause schon auch so neun, neun, spätestens halb zehn, bin ich auch wach. Und trotzdem ist das noch nicht die Zeit, wo mein Sprechapparat so richtig willig ist. Also ich habe es schon auch gerne so ab Nachmittag oder in den Abend rein. Da werde ich schon gedanklich etwas munterer. Ich habe ja neun Jahre meines Lebens morgens moderiert. Also so eine Morgenshow, wir beide zusammen, das wird nichts mehr, war Hartmut? Nein, also Morningshows und auch beim Fernsehen, die Frühstücksfernsehen muss es für mich nicht mehr geben. So für alle, die jetzt sagen, also das war ja nicht ausführlich, was ihr da erzählt habt. Also es waren zwar einige Stationen von Hartmut Engler genannt und von der Band PUR. Es gibt auf eurer Internetseite, habe ich gesehen, eine ganze Vita für die Band. Das heißt richtig, auf PUR.de slash Band kann man eure komplette Bandgeschichte nochmal nachlesen. Ja. Als Tabelle, ne? Ich hoffe ausführlich genug, ja. Und wenn nicht, gibt es ja deine Biografie auch noch. Ja, schon mit 50 geschrieben, aber ist mit 60 auch noch lesen zu. Ist noch vieles drin, was noch passt, ja? Ja, ja, doch. Oder hat sich einiges von deinen Ansichten auch geändert dabei? Nein, nein, ich erkenne mich durchaus immer noch wieder. Es gab damals ja schon für Katrin auch die Anfrage, ob sie eventuell mal deine Frau werden möchte. Das war zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, war das ja schon aktuell bis zum heutigen Tag, aber noch nicht umgesetzt in der Praxis, ne? Nein, wir sind glänzend verlobt miteinander und finden den Zustand total prima. Kann jederzeit sein, wenn uns mal irgendwie was piekst, dass wir sagen, ach komm, jetzt machen wir es doch. Vielleicht sogar heimlich. Ansonsten bricht wieder sämtliche Zeitungen, ne? Sie hätte wahrscheinlich gern ein großes Fest, weil für sie wäre es das erste Mal, für mich wäre es das dritte Mal. Und da die ersten beiden Mal bei mir ja nie so glücklich geendet haben, habe ich es jetzt auch nicht eilig. Wir sind jetzt schon einige Jahre so ins Land gezogen. Ich kann es nachvollziehen. Ich war auch schon mal verheiratet, bin jetzt zum zweiten Mal verheiratet und muss sagen, jetzt beim zweiten Mal hat es besser funktioniert. Das freut mich. Ja, und ich hoffe, dass es bei dir irgendwann auch funktioniert. Ansonsten läuft da alles so, wie es laufen soll. Du bist zufrieden mit deinem Leben? Ich bin sehr zufrieden, ja. Album ist da, Songs sind da, Ideen sind nach wie vor da, Streitblockade war nur temporär. Das kommt immer mal wieder so ein Gedanke, wenn man nach zwei oder drei Jahren wieder was Neues anfängt. Dann fragt man sich immer, geht es noch, geht es nicht? Und dann hat man eine gute Idee und dann fängt man an und ja, siehe da, es geht noch. Und inzwischen habe ich das so oft geschafft, dass man eine gewisse Grundsicherheit hat, dass die Quelle nicht plötzlich versiegt, an der man sich stillt. Ich habe eine gute Idee. Du musst dir einfach nur mal bei Gelegenheit ein altes Pur-Album auflegen, beziehungsweise mal gucken, was du damals geschrieben hast. Und dann kannst du dir das angucken, wie geil das damals war und dann denkst du, ah, da scheint offensichtlich Potenzial da zu sein. Also ich werde hin und wieder mit Textzeilen konfrontiert, von denen ich dann in dem Moment wirklich nicht weiß, dass die von mir sind, in einem Pur-Lied drin waren. Wenn es sich wirklich um alte Dinge handelt. Wahnsinn, ne? Das habe ich geschrieben, das ist ja toll. Ja, mitunter, ja. Hast du nicht damals für Peter Maffay auch einen Song geschrieben, Tifa? Ja, den haben wir auch gespielt, damals 2.1 mit ihm und jetzt letztes Mal haben wir ihn auch kurz angespielt. Ja, das war glänzend, da war ich noch mittelloser Student und darf für Peter gleich so einen riesen Hit schreiben und hat mir dann auch als Student so ein bisschen finanziell weitergeholfen. Und es ist ein großartiger Song, ich liebe den wirklich über alles. Und ich meine, da kann man immer noch sagen, mein Repertoire ist so groß und ich kann sogar noch neben den Pur-Songs noch für andere schreiben. Ja, viel habe ich in der Tat nicht gemacht. Das war, als das für uns dann Anfang der 90er ins Rollen kam, habe ich das eigentlich ganz eingestellt. Ich habe für Peter in den End-80ern, habe ich glaube ich drei Alben mit betextet und dann war es aber okay für mich zu sagen, so jetzt läuft es und ich kümmere mich um das, was mich, was direkt aus mir rausspricht. So, Hartmut, jetzt frage ich mal an dieser Stelle, wann sehen wir uns denn hier wieder? Wann gibt es denn neue Dinge, über die wir reden können? Vielleicht in einem Jahr, wenn die Open-Air-Saison beginnt. Ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir dann im Land wieder sehr umtriebig sein werden beim Suchen von schönen Locations, wo wir uns mit unserem Publikum wohlfühlen. Da kommt Berlin natürlich mit Sicherheit mit ins Spiel. Meinst du, es wird von persönlich normal irgendwie ein Live-Album geben? Weil ich meine, Live-Alben haben euch ja schließlich den Durchbruch gebracht. Das ist ja bei wenigen Bands so, ne? Ja, also im Moment von dieser Tour nicht geplant, aber man weiß es nicht. Mitschnitte wird es mit Sicherheit geben und wenn es spektakulär ist, who knows. Also unsere Plattenfirma mag immer, wenn wir viele Platten machen, logischerweise. Aber ja, da kann ich nichts versprechen. Mir fällt gerade ein, es gibt ja noch über euch diese Doku in der ARD-Mediathek. Ja, da gibt es zum ersten Mal einen 120-minütigen Konzertfilm. Also nicht einen reinen Konzertmitschnitt, ein Konzertfilm mit allen Beteiligten, mit kurzen Interviews, Backstage-Eindrücken und von diesem wunderbaren Konzert auf Schalke vom letzten September. Und jeder, der irgendwie pur mag, der wird das ganz besonders mögen, weil wir haben wirklich direkt angerufen bei den Leuten, die das geschnitten haben und haben uns bedankt und gesagt, das habt ihr wirklich großartig gemacht. Das hätten wir nicht gedacht. Ich mag sowas auch gern, so mit Backstage, mal gucken hinter die Bühne. Man sieht ja als Publikum immer nur, ich meine, ich bin ja in der privilegierten Situation, dass ich ab und zu auch mal von hinten gucken kann. Aber normalerweise guckst du mal von vorne. Die andere Perspektive ist aber auch eine sehr schöne, das muss man sagen, ne? Ja, absolut. Der Blick von hinter der Bühne in die Massen hinein ist auch geil. Ja, und es sind eben viele Szenen, von denen ich nicht wusste, die mich im Bild überrascht haben oder in dem Film überrascht haben, weil ich ja nicht wusste, was die Kollegen alles gesagt hatten über die Eindrücke, die sie mitgenommen haben. Das war irgendwie ganz aufregend, das so zusammengeschnitten mal zu genießen in vollen zwei Stunden. Es wird nicht langweilig. Auch für dich, selbst für dich nicht. Was, das habe ich da gemacht? So sehe ich da aus unter der Bühne. Das ist erstaunlich. Hartmut. Jetzt haben wir mal locker eine Stunde auf der Uhr hier, haben so ein bisschen ein paar kleine Eindrücke gegeben, was so los ist in der Welt von Pur. Und ich glaube, wir haben noch viel, viel Stoff, was wir demnächst erzählen müssen. Also wenn ich mal ins Plappern komme, dann versiegt das nicht allzu schnell. Also da sammeln sich natürlich in 40 Jahren so viele Anekdoten an, das ist schon krass. Die meisten vergisst man, aber wenn man dann angepiekst wird, dann denkt man, ach, das war ja damals so und der und ihn und wie man alles kennengelernt hat und wer die Wege gekreuzt hat. Und das ist schon spannend. Dann freue ich mich auf den zweiten Teil, dieses ersten Teil, den wir jetzt gerade absolviert haben. Ja. In einem Jahr sehen wir uns wieder hier. Ich sage mal, ich sage mal, wenn es irgendwie geht. Bis dann, bleib schön gesund. Ja, du auch. Und wenn du einen kleinen Knick hast, gerade so einen Stimmungsknick, ruf einfach an, dann, ich weiß, das ist immer schwierig, aber ich kann ab und zu helfen, weißt du, indem ich einfach gute Laune verbreite. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Bis dann. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neuste Podcast. BB-Radio 5. 7. 2. 7. 4. 5. Vielen Dank.